Hallihallo Freaks, willkommen zu einem weiteren Part von Papers Please, dem tollen, geilen Indie-Game. Wir gehen jetzt auf Tag 3 zu, wir haben gerade eine Terroristen-Attacke überstanden und müssen jetzt Geld reinholen, weil unsere Ausgaben langsam ein bisschen knapp werden, bzw. unsere Einnahmen. So, Checkpoint Lockdown, more Guards, more Security, ähm, Aua, ähm, Collegians werden dafür vermutet, 25. November, let's have a look what's happening today. Und man sieht es auch, heute gibt es 3 Wachen, dort sind 2 Wachen, man hat gelernt. Und ja, alle Ausländischen brauchen jetzt eine gültige Eintrittserlaubnis. Ich würde sagen, fangen wir doch gleich mal an und gucken mal, wer wir denn heute reinlassen müssen, bzw. eine Entry-Ticket. Ich vergesse immer das Datum, ich vollfosse, ne. Wir haben es 82. Das ist okay. Das ist auch okay. Äh, Pedro van Navidia, das Bild ist anders. Das Fotos verschieben. Oder auch nicht. Daneben nicht. Sie dürfen heute rein. Anscheinend. So, beides zurückgegeben. Cause no trouble. Okay, und weiter geht's. Wir müssen Geld verdienen. Geld verdienen und zwar schnell. Sonst stirbt unsere Familie, unser Sohn geht drauf und das fände ich nicht fair. Jetzt brauchen wir noch unser schönes kleines Buch. Wir müssen nämlich gucken, dass der nette Herr, ähm, nein. Nein, ich brauche nur das Entry-Ticket, was mir nämlich noch fehlt. So. Hast du denn eins? Er hat eins. Also sogar. Heute ist der 24. Das ist gut. Ich höre auf, da irgendwas zu machen. To-Glorien ist richtig. Das sieht vernünftig aus. Den lasse ich in mein Land. Und zuck, zuck. Cause no trouble. Cause no trouble. So. Hallo Madame. Blau. Och, schon wieder eine Note. Schon wieder eine Note. Ist mir scheißegal. Und da ist das Entry-Ticket. Das ist gültig. Das habe ich so gesehen. Expired ist auch gültig. Ähm, sie ist female. Hai Han. Ach, geh weg, du scheiß Ding. Hai Han, Hai Han. Sie kommt aus. Impor, Impor. Hai Han ist eine Stadt. Okay. Ich muss das schneller machen. Ich muss noch einen Ticken schneller werden. Das hat jetzt eben... Das hat schon wieder einen Ticken zu lang gedauert. Ich muss jetzt für meine Familie Geld reinbringen. Sonst steht meine Familie. Das möchte ich nicht. Absolut nicht. Das ist gültig. Das ist nicht mehr gültig. Der ist expired. Das Dokument ist abgelaufen. Tut mir leid. Ne, auch wenn du es in Neuheit hast, dann scheint ja nicht. Psst, dumm oder was? Das ist gar nicht in Neuheit, man. Duh. Und nächste, nächste, nächste. Schnell, schnell, schnell. Ich brauche Geld, damit meine Familie nicht stirbt. Ich habe gehört über die Terrorist-Attack. Das ist schön für dich. Great Rapid, United Dings. Das ist auch okay. Das sieht mir allgemein vernünftig aus. Du darfst T9. Ich muss ja nochmal gut drauf achten, dass man wirklich am besten schon mit einem Blick überprüft. Man muss im ersten Blick schon haben, so verdammt. Okay, so geht das. So ist das richtig. So. Das Vendet on. Viel zu spät. Wir haben heute erstmal den 25. Oder 24. Irgendwie so. Please let me through. How about no? No. No. Go away. Hey, I hate you. Hallo, Madame. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Ist schon mal richtig. Ist auch schon mal richtig. Also, welle und wellet. Das sieht vernünftig aus. Sie... Zucainoido. Antegra. Antegra. Aha! Aha! Sie dürfen hier nicht rein. I don't know anything about that. Ja, es ist dumm zu wissen, in welcher Stadt Sie wohnen, Madame. Können wir mal alles über das Kreuz führen? Über das Kreuz liegen, aber nicht mich. Ich bin zu schlau für sowas, yo. Okay, here we go. The greatest country. The two come in nicht kosher war. Ähm. Okay, ich kriege gar kein Papier. Ähm. Bitte zumindest das. Hast du da was? Where is your passport? Passport? Arztaka is a great passport not required, right? Okay, okay, I hear you. I come back again. Okay. Seltsam, aber okay. Von mir aus, was auch immer. So. Papers, please. Hallo, Madame. Sie brauchen bitte ein... Ah, ne. Ist eine Aztokerin. Paradisner ist auch richtig. Valid on ist auch richtig. Sie sieht mir okay aus. Komm schon. Nächster, nächster, nächster. Wir pushen das hier durch. Puzzlet. Puzzlet. We'll go. Valid on. Expired done. Westcrestin. Collegia. War schon schnell. Westcrestin ist auch richtig. Also anscheinend darf die Dame durch. Hier unten. Hier. Oh, noch ein A. Ich krieg heute ganz viel Geld zusammen. Nein. Oh, nein. Non-matching photo. I don't believe it. How did I miss that? Das ist gültig. Das ist auch gültig. Tsukanoido ist auch richtig. Obwohl... Tsukanoido ist das wirklich in... Imbor. Imbor, 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 Imbor. Ist in Imbor. Ah. Ja, wo hier sehen wir. Hier. Female. Bist du eine Frau, Junge? Bist du auch keine Frau? You're male or female? Why do you ask? Tja, nö. Dann kommst du nicht rein. Wenn ich so einen scheiß Kommentar bekomme, dann verpiss dich, Junge. Der wurde nicht mehr gewusst, dass er das auf seinem gefälschten Ausweis ähm, female draufsteht. So. Valid on me. Sticht mir sofort ins Auge. Und der Tag ist vorbei. Ah. Oh. Ist das wirklich nicht richtig? Tut mir leid. Urkundenfälschung ist mit solchen Idioten echt traurig. Idiots. Idiots everywhere. So. 55 eingenommen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das läuft schon mal ganz gut momentan. Unsere Familie ist auch für diesen Tag versorgt. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr wisst ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann kommentiert, like. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschau.